hey johans hier von newgadgets.de und ich stelle euch heute mal ein sehr tolles spiel vor bin schon richtig süchtig danach hill climb hier auf dem iphone 5 ist aber auch für android verfügbar und ja darum geht es wir haben hier verschiedene fahrzeuge ihr seht manche sind davon noch lockt manche kann man die kann man sich dann halt beispielen ihr seht das sind die kosten hier und durch spielen könnt ihr euch münzen verdienen aber das spiel ist kostenlos ihr könnt euch aber hier noch münzen kaufen wenn ihr einfach ungeduldig leidt beispielsweise hier zwei millionen und das programm oder das spiel ist dann auch noch werbefrei und das ganze für 8 euro 99 aber ich spiele das die ganze zeit schon kostenlos und es macht wirklich sehr viel spaß wir nehmen jetzt mal den jeep und ihr seht wir haben hier auch verschiedene levels countryside desert arctic aber auch ganz besondere wie hier moon zeige ich euch dann gleich nehmen wir hier die countryside wir können unser fahrzeug auch gleich auf motzen ihr seht hier wir haben verschiedene level beispielsweise hier mit dem motor level 13 den habe ich gerade optimal getunt aber hier könnte ich noch mit den coins weiter optimieren aber starten wir das ganze mal hier seht ihr die münzen die wir einsammeln müssen wir müssen auch hier diese benzin kanister einsammeln denn wir haben nicht unendlich sprit hier haben wir die grüne anzeige wenn die leer wird und dann rot wird dann müssen wir auf jeden fall irgendwo ein kanister besorgen sonst ist das spiel vorbei es ist außerdem auch noch vorbei wenn wir auf dem kopf landen und uns das genick brechen das seht ihr dann auch gleich ich werde das dann mal demonstrieren aber erst mal fahren wir hier noch ein bisschen rum und ihr seht die physik ist sehr cool ihr seht warum wir auch härtere stoßdämpfer brauchen am anfang sind die sehr weich und ihr seht wir können auch stanz machen so an den stoßdämpfern muss ich noch ein bisschen arbeiten die muss ich weiter optimieren die sind noch nicht hart genug das auto wackelt hier ja so und es macht wirklich spaß also ich spiele das jetzt wirklich beinahe täglich jetzt haben wir uns das genick gebrochen und das spiel ist vorbei so mit dem geld können wir dann hier wie gesagt auf motzen reifen für einen besseren grip können hier auch noch allrad antrieb verbessern und gehen wir mal zum mond der ist nämlich das ist ein besonderes level hier ist nämlich schwerelosigkeit angesagt da müssen wir auch ein bisschen aufpassen wir schweben hier schön durch die gegend können hier auch dadurch einfacher stanz machen das hat nicht ganz geklappt aber wenn wir beispielsweise fliegen sind die stanz auf jeden fall leichter zu machen und jetzt aber wir kriegen hier für die airtime bonus und auch noch für die flips die wir hier machen und noch mal 1000 und einen schaffen wir noch ja also das mond der will hier das mal richtig spaß und das war zu viel und wir hatten auch fast schon kein sprit mehr aber was wirklich spaß macht ist mond level mit dem motocross bike und los das hat richtig power und wir können hier richtig coole stanz machen um so richtig kohle ab zu kassieren so wir sind hier nur am kassieren uns gibt natürlich einen ganz tollen airtime bonus da wir hier eine schwere losigkeit auch wirklich sehr lange uns in der luft befinden so das war ein bisschen zu viel wieder ein bisschen zu gierig gewesen so ihr seht das ist ein wirklich sehr cooles spiel kostenlos also kann ich euch nur empfehlen das einfach mal runter zu laden und das auch mal auszuprobieren wie gesagt es läuft auf ios und auf android und ist auf beiden systemen kostenlos verfügbar hill climb einfach danach suchen beziehungsweise ich habe da noch einen link für euch so danke fürs zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten video health b ää